Welche Reinigungsmittel bzw. Inhaltsstoffe sind babygerecht? Wenn Sie Reinigungsmittel für den Babyhaushalt suchen, sollten Sie auf zwei Sachen achten. Das erste ist, dass es immer ein bisschen schlecht ist, wenn diese Reinigungsmittelrückstände auf den Oberflächen hinterlassen, besonders wenn dann die Oberflächen auch noch in Kontakt mit der Babyhaut kommen. Dummerweise können Sie diese Reinigungsmittel nicht immer sofort erkennen. Sie können aber davon ausgehen, wenn beispielsweise von einem nachhaltigen Effekt die Rede ist, dass dann Rückstände auftreten. Zweitens ist es wichtig, dass Sie auf Reinigungsmittel verzichten, die in irgendeiner Form Allergien auslösen können. Dabei sind natürlich besonders die Duftstoffe kritisch und es gibt Produkte, die ganz auf Duftstoffe verzichten oder nur solche verwenden, die eher unproblematisch für Allergiker sind. Duftstoffe, die problematisch für Allergiker sind, sind dann auch extra immer ausgewiesen auf der Packung. Da können Sie einfach hinten auf die Bezeichnung schauen. Wenn Sie im deutschen Handel kaufen, können Sie eigentlich sicher sein, dass die Produkte nicht schädlich sind. Sie sollten aber natürlich auf jeden Fall darauf achten, dass Sie Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite Ihrer Kinder aufbewahren. Sie sollten aber natürlich auf jeden Fall darauf achten, dass die Produkte nicht schädlich sind.